Hi. Hi. Ich bin Thomas und ich würde heute für den Mörder vorsprechen. Thomas. Okay, und bitte? Sie wissen nicht, was ich durchgemacht habe. Aber ich nehme das nicht als Entschuldigung. Ich habe gelernt, frisst du oder wirst gefressen. Das ist nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen psychohafter machen? Okay. Sie wissen nicht, was ich durchgemacht habe. Aber ich nehme das nicht als Entschuldigung. Ich habe gelernt, frisst. Oder wirst gefressen. Okay, danke. Kannst du das ein bisschen deutscher machen? So deutsches TV mäßig. Kannst du das so machen? Ah. Okay. Sie wissen doch gar nicht, was ich durchgemacht habe. Aber ich nehme das auch nicht als Entschuldigung. Ich habe nur gelernt, frisst oder man wird gefressen. Ja, ich habe den Kleinen umgebracht. Ja, und jetzt? Ah! Lass mich los! Super, danke schön. Wir melden uns bei dir, ne? Ciao. Okay. Okay.